I'm tied to this character Wo ist Ike jetzt schon rumgelaufen? Nirgendwo, ich stand unter dem Pilz neben dir! Du könntest noch kurz sagen, ich kann, durch das Gold, was ich unterwegs eingesandt habe, konnte ich mir noch einen Gold-Apfel craften. Jaja... Ich bin, glaub ich, der einzige mit dem Schild, oder? Ja! Äh... Fackeln... Wo lang? Ja, okay... Alle macht den rechts! Kann hier jemand ausleuchten? Oder es baut hier nicht? Äh, ich hab Fackeln dabei, warte kurz! Spawn tut trotzdem alles Mögliche! Hier ist ein Wasserloch? Jaja... Äh... Und da hinten drin ist sogar irgendwo einer! In die Gefängniszahlen vielleicht auch noch mal eine Fackel überall reinsetzen? Ehrlich gesagt würde ich das jetzt gerade ziemlich lame sagen! Ja, wir haben noch keinen Vindicator oder so gefunden! Aber ich hab's explodieren gehört! Ja! War bei Absicht! Jaaa... Könntet ihr vielleicht dies so weit voran? Ich würd heute noch nebenbei ausleuchten! Ja, klar! Gut, das ist down! Gibt's hier was drin in den Küsten? Ab und zu! Boah! Boah! Ab und zu! Ist ja auch schon eine Scheiß-Anlage! Hier ist nichts! Bei mir ist auch nichts! Dann... Boah! Ich muss ganz kurz mein Werkzeug noch umlegen hier! Das so! Äh... Dann sind wir! Dann sind wir jetzt schon wieder für'n Scheiß-Anlage! So! So! Auf der Fall! Wow! Ich wollt grad reingucken! Äh, der war nicht fertig! Äh... Wow! Ike, warte auf ZS2! Ja, warte! Ich wollt hier einmal kurz in den Raum reingucken, weil hier ist ne Kiste drin! Hat Ike das hier jetzt einfach aufgebuddelt? Jaaa... Aber der ist nicht hier, dann ist der über uns! Hm, Kiste ist leer gewesen! Ich hab sonst was gesagt! Ja, ich hab schon Pisten in Halt! Hat die du auch mehr mal willst? Ja! Übrigens, sehr geläppelt klingen die nicht! Die sind ja 2-Hit! Nix! Auch nicht! Äh... Das war klar, du kleiner Chaco! Ich gehst hier nur auf mich! Oh, 2 sogar! Wo war das, wo wir die Mobs hin und her geschossen haben? Äh... Vanilla! Ich hab ein paar Sublinks gefunden! Ich glaub das ist alles über uns! Jaaa... Glaub ich auch! Also bisher... pure Enttäuschung! Jaaa... Man kann's nicht ändern! Normalerweise fallen die mit ins Level-Plugin rein! Wenn du voll hoch gehst, warst du nicht zu essen! Hu! 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 Also Schläge brauchen sie auf jeden Fall mehr! Guck mal aus dem Fenster! Geil! Äh... Wir gehen wieder rechts als erstes! Das hatten wir gerade... Hu! Warum auf mich, du Arsch! Hey! Ja, die kommen... Ja, die kommen... Guter als nicht! Die sind Two-Hit! Da ist noch mal so einer! Die machen auf jeden Fall mehr Schaden! Wurdest du schon gehitet? Ja! Ich bin halt komplett reingerannt! Mich nerven am meisten die Zocken! Ist das hier? Jaja, ich hab bloß Dings eingesammelt! Also ich hab das erste... äh... Totem! Uh, das war ein Dings! Totemträger? Ja! So ein Zauberer! Das brauchen wir noch für euch jeden Ehen! Mehr wären geil! Okay, hier gehen wir noch nicht lang! Ähm... Gucken wir mal bitte an die Decke! Die sind immer komisch generiert! Ich schwimm hier mal kurz hoch und mach das Wasser weg! Oh wow! Soll das so hier in keiner Ahnung was sagen! Sieht denn aus wie ein Ring, wo man kämpfen kann! Jo! Du Arsch auf Wichser von Maledaitis! Ne Katze! Ja, immer reingucken! Auch in den Statuen, die du findest! Da ist immer Zeug drinnen! Zumindest manchmal! Also den Kopf hab ich einfach Falk durchgebohrt! Und hier ist auch nicht! Und hier ist noch ein Hühnchen, was man durchgelunzen kann! Ich hab keine Schere dabei! Ich hab keine Schere dabei! Wollen wir dann gleich hier die... Alles klar! Alles klar! Wir nehmen gleich hier die Treppe, die hoch geht, oder? Ich würde einmal die andere Seite aufstecken wollen! Ach so! Wir haben ja noch die andere Seite! Ah, endlich gehen sie nicht auf mich! Ganz ehrlich, die gehen doch schon die ganze Zeit nicht auf dich! Nur die scheiß Babydinger gehen auf dich! Nein, nein! Da waren vorhin noch andere, die auf mich gegangen sind! Hier ist nix! Außer Bücher! Der zweite Mann hat zwei Herzensschaden! Hier ist auch nichts! Okay, dann hier ist einer! Ja! Wie lags bei mir grad daran, dass ich noch ne Goldrüstung anhab, dass ich zu viel Schaden bekommen hab? Vermutlich! Aber selbst ne, äh, Dings! Oh, warte! Hier ist noch was, was ich vielleicht lohnen würde! Bei meiner Meinung nach! Bücher oder was? Ja! Es tut mir leid, das reizt mich gerade! Ey, ich wollte schon runterschießen! Hat jemand keinen Silk Touch? Ähm, ne, ich hab nur Silk Touch drauf! Ähm, bei der Axt hab ich, äh, keinen Silk Touch! Okay, dann, äh, wenn wir gleich zurück, äh, mal Zeit haben, möchte ich bitten dann die Bücherregale, die ich grad eingesammelt hab! Mach doch schon, achso! Ne, die hat das schon eingesammelt! Ich hab sie jetzt erstmal mitgenommen! Ich find bisher die Mobs bedrohlicher, als dieser komischen Pilcher! Joa! Ich frag mich, wann wir die erste Rex sehen! Also, ich hab schon einen! Achso, äh, du meinst dieses kleine Geistervieh! Hm? Ja, gut! Hier ist nix drinne! Warte, ich nehm wieder Bücherregale mit! Auch nicht! Achso, wartet mal! Hier hinter dem Kopf ist da auch immer noch was! Nicht immer, aber... Könnte was sein! Äh, das sieht nicht danach aus! Aber da oben geht's auf jeden Fall weiter! Alk! Guck mal, hinter dem Kopf ist der Raum, in dem wir waren! Wow! Wo geht's noch weiter? Hier oben scheint noch was zu sein! Bin ich das da? Was darfst du sag' ich nur Dekor? Nein! Kiste! Goldapfel, bissl Gunpowder, Reds, so ne Schaltplatte in Eimer und ein Brot! Und noch ne Kiste! Mit bissl Eisen, Knochen, Schaltplatten und Seeds! Also, nichts atemberaubendes! Aber ist ganz schön lame, das Menschen! War's das jetzt eigentlich schon? Ganz ehrlich, ähm, nimmt mal oben einer das Eisen mit, wir fackeln das Ding jetzt ab! Was? Das kann doch nicht alles gewesen sein! Ich stehe jetzt oben auf den Menschen und baue jetzt das halbe Dach ab! Ja, wie gesagt, das kann nicht alles gewesen sein! Doch, war's anscheinend! Ist ja mal richtig low! Wir hatten einen Windy-Kater, oder wie die Dinger hießen, die des Dings droppen und keine einzige wächst und nichts! Ähm, deswegen, wir fackeln das Ding jetzt mal ab! Ja, nicht mal jetzt einen mit nem Banner, glaub' ich! Also, ich hab'n Flint! Ja, ich bin hier noch drauf! Ja, aber wir waren in den Räumen alle schon! Das ist wirklich lame! Ich bin wieder beim Neto-Vertal! Na, ich komm' grad hin! Also, das war echt halt... Ich kann einen Toten! Wow! Ich hab' vier Emeralds und ein Damaged Amble bekommen, das war's! Ich hab' elf Emeralds noch, das war's! Oh, hier ist noch ein... Ach nee, hier waren wir auch schon drinnen! Das war... Ähm, das... das Flint darf sich jemand dran vergrüben und das Teil abfackeln! Ich hab' kein Eisen! Oben war doch Eisen drinnen, das solltest du... War's doch oben, das solltest du doch mitnehmen! Ach so, in der Kiste! Ich hab' halt keinen Eisenblock gesehen, ich dachte, du sprichst von irgendeinem Eisenblock! Nee, äh, Eisen-Nuggets waren drinnen! Jo, gut, ja! Und geh' hier eben hoch! Und hol' mir das Eisen! Jo! Schade, schade, schade! Aber 20 Level! Das ist immerhin etwas, ich hab' 22 Leveln hier raus! Ich mit 7! Hä, hast du nicht die meisten gekillt? Aber ich hab' seltener Engelser mit die XP! Na gut! Oh, Eisen-Engels, nice! Ich stell' mich schon hier oben auf den Hügel hin, kann hier alles super sehen! Äh, ist Feuertick an? Wie, nein! Nein, mach' ich gleich, Moment! Ich will mich nur ganz kurz auf den Baum stellen! Ach, auch mal! Guck mal, welche Rechnung ich runterspringen möchte! Da vorne ist der Eingang, da müsste ich ihn direkt bauen, oder? Pah!